Ich heisse Christoph Brutschin. Ich bin Ektor der Handelsschule KV Basel und kandidiere für Regierungsrat im Herbst. Ich habe den vielseitigen Bezug zum Ranghof. Ich habe als Junior hier selber noch geschautet, im alten Ranghof. Heute ist es mehr so, dass ich Ab- und Zugang an Kongele oder Nordsteine schaue. Das ist ein Ort, den ich immer wieder gerne heimgehe. Ich finde spannend, was im Moment die Initiative geplant ist, dass man den Ranghof neu baut. Ich muss sagen, mir gefällt die Bühne sehr gut, wie sie heute ist. Die Betongraden hier bedeuten weniger und ich möchte mich erinnern, dass der alte Ranghof bedeutend stimmungsvoller war. Ich glaube auch, dass es ein zweites Stadion mit Sitzplätzen in Basel verträgt, auch etwa von der avisierten Grösse. Ich finde, dass man das Projekt jetzt prüfen soll. Also prüfen, ob es sich so realisieren lässt, wie die Initianten meinen. Eventuell auch mit einer abgespeckten Mantelnutzung. Das heisst ohne Einkaufszentrum, nur mit Wohnungen. Und die Briefung beinhaltet natürlich auch immer die Möglichkeit, dass es schittert. Aber allein das sollte man nicht davon abhalten, das Projekt genauer anzuschauen und eben auch zu schauen, wie kann seine Gesamtplanung auf dem Areal in dieser Gegend einpasst werden. Untertitelung des ZDF, 2020